Ich bin Janina und ich bin hier im Büro durchgestartet, weil ich auf Herausforderung stehe. Genau diese fehlten der gebürtigen Sperinerin während ihrer ersten Ausbildung zur Wellnesskosmetikerin. Also hat sie sich neu orientiert. Kosmetik war schön, man hat viel mit Menschen zu tun, aber man hat nicht so die Aufgaben, die einen fordern und das habe ich jetzt im Büro gefunden. Bei der Friedrich Kruse Möbelspedition GmbH in Schwerin darf Janina gleich drei Abteilungen durchlaufen. Die Möbelspedition, Logistik und Service und aktuell die Finanzbuchhaltung. Die Kasse zu buchen gehört zu ihren wichtigsten Aufgaben. Neben der Verantwortung gefällt ihr die persönliche Entwicklung. Das Besondere an dem Beruf ist einfach, dass man immer mehr dazulernt, dass man seine Wortwahl immer besser ausarbeiten muss, genauso wie sein Zahlenverständnis. Das finde ich persönlich sehr faszinierend, weil man nie im Leben stehen bleiben kann. Im Büro kommt es aber nicht nur auf das Interesse für den Zahlen- und Schriftverkehr an, sondern auch auf drei wichtige Eigenschaften, die man für die Ausbildung mitbringen sollte. Also ich finde, man sollte schon ordentlich sein, weil sonst verliert man mal ganz schnell den Überblick. Man sollte organisatorisch schon was draufhaben und auch planungstechnisch. Im Büro zu sitzen, das wäre nichts für Toni. Er ist einer, der im wahrsten Sinne des Wortes anpackt. Hallo, ich bin Toni. Ich bin hier durchgestartet, weil ich mich hier auspowern kann. Genau das Richtige für den Freizeitsportler. Toni hat seine Ausbildung zur Fachkraft für Möbel, Küchen und Umzugsservice bereits abgeschlossen. Angefangen hat alles, als sein Freund ihm von der damals noch neuen Ausbildung erzählt hat. Davon habe ich dann erfahren durch den Freund, wie es aussieht, ob das was für mich wäre und alles so dran. Und dann habe ich mich halt mit der Firma telefonisch in Verbindung gesetzt, wie es aussieht. Und dann einfach eine Bewerbung geschrieben, haben sie angenommen, bin ich hin und dann haben sie halt so erzählt. Vom Bewerbungsgespräch zum echten Allrounder. Toni muss nicht nur verpacken und transportieren, sondern auch mit elektronischen Geräten umgehen können. Also jetzt gibt es einmal den normalen Umzug. Dazu kommen dann halt Montagen. Die können normale Möbel sein oder halt auch nachher mit Elektriker arbeiten oder Wasser arbeiten. Das heißt dann hauptsächlich Küche. Da kommt das auch häufiger vor. Dann machen wir Einlagerung, Auslagerung. Auch Überseeverpackung. Das heißt, dann haben wir eine Überseeverpackung. Dort müssen wir die Möbel dann nochmal besonders gut einpacken, weil die ja dann über Wasser gehen. Der Beruf hat Zukunft. Denn Allrounder sind vielseitig einsetzbar. Ob im Umzugsunternehmen, Möbelhandel oder Küchenstudio. Toni verrät, auf welche drei Eigenschaften es bei dem Beruf ankommt. Also einmal sage ich körperliche Fitness. Das unterteilt sich aber ein bisschen. Einmal wegen Kondition, deswegen Treppenlogger. Das sollte man nicht unterschätzen. Und halt auch eine gewisse Kraft müssen sie schon. Also wenn sie sagen, sie mal sich nicht selbst gestemmt kriegen oder so, ist das schon ein bisschen schwierig. Also ein bisschen Kraft sollten sie mitbringen. Ja und halt Auffassungsgabe. Nicht, dass man, wenn einer Hilfe braucht und der steht nur daneben. Das ist halt, dass man auch ein bisschen mitdenkt von sich aus. Die Möbelspedition bildet noch zwei weitere Berufe aus. Den Fachlageristen und die Fachkraft für Lagerlogistik. Für das traditionsreiche Familienunternehmen sind Teamfähigkeit und Selbstbewusstsein Voraussetzungen für alle Bewerber. Dafür wird ihnen Folgendes geboten. Wir bieten unseren Azubis einen interessanten Arbeitsplatz. Beispielsweise eine durchschnittlich gute, für hiesige Verhältnisse gute Vergütung. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Weiterhin Möglichkeiten, sich nach der Ausbildung weiter zu entfalten. Das heißt weiterzubilden. Und nach der Ausbildung eine Übernahme in den Betrieb. Am schönsten wäre es natürlich, wenn man im Betrieb bleiben kann. Weil man hat dann da gelernt, weiß dann auch schon alles. Aber ansonsten, ja, hätte ich auch nichts dagegen, mal noch etwas anderes zu sehen. Ich bleib hier. Hört sich zwar doof, aber du bist aber hier im Osten. Du hast die Ostsee, alles drum und dran, das Wasser. Also, und halt, ich bin nicht so der große Stadtmensch. Also, ich stehe wie Berlin, Köln, alles drum und dran, das wäre nichts für mich. Also, für mich wäre es unvorstellbar, nicht in meiner Heimat eine Ausbildung zu machen. Weil ich kenne mich hier am besten aus. Ich kenne die Straßenverbindungen. Ich habe ja eigentlich gleich alles in meiner Nähe.